Bei Gutier treffen wir die Entscheidung, welche Materialien wir in der Reifenentwicklung verwenden, ganz bewusst. Umweltverträglichkeit und damit die Verantwortung vor der Gesellschaft sind bei uns nicht nur ein Kriterium, sie sind uns Verpflichtung. Wir sind mittlerweile unentwegt auf der Suche nach neuen Materialien, mit denen wir nachhaltig die Entwicklung vorantreiben. Materialien, die aber das Leistungsvermögen unserer Produkte in keiner Weise einschränken und auch keine Probleme in der Produktion mitzuspringen. Bisher war dazu der Ansatz, erdölbasierte Harze zu verwenden. Mittlerweile haben wir jedoch andere nachhaltige Ansätze gefunden. Das sind nachwachsende Rohstoffe in gewisser Weise. Es sind Terpene, die aus Kiefernhölzern gewonnen werden und entsprechend weiter bearbeitet, sodass wir sie dann bei der Gummimischungsentwicklung verwenden können. Musik 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 die die Nouvelle Räsine verwendet werden, und die Nouvelle Räsine verwendet werden, als die Nouvelle Räsine verwendet werden. Die Räsine verwendet wurden durch die verschiedenen Ingenieuren für die Formule und die Nouvelle Gomme mit anderen Materialien verwendet. Die Nouvelle Räsine verwendet sich für die Fahrer, für die Haute-Performance und für Goodio. Die Nivelle Räsine verwendet, durch die Nivelle Räsistance des Räumen und durch die Nivelle Räumen zu verlieren, und durch die Nivelle Räsine verwendet werden. Die Produkte, die wir mit diesen Harzen entwickeln, erlauben es uns, auf den Stärken, die wir ohnehin schon haben, was Nassgriff und Rollwiderstandsoptimierung sind, weiter zu verstärken, und dies mit nachhaltigen Materialien, die nachwachsen. Die Benutzung der Harze in der Reihundentwicklung ist ein großer Meilenstein in der Ultra-High-Performance-Reifenentwicklung für PKW. In diesen Reifen verwenden wir diese Harze bereits und wir arbeiten bereits an der nächsten Generation von Harzen, um diese nachhaltige Art der Rohstofflieferung in zukünftige Produkte zu integrieren. Only którzy verwenden wir die Nivelle Räumen